So muss ein Konzertfilm aussehen. Wacken, der Film, vermittelt wunderbar, warum Metal-Verrückte seit 25 Jahren regelmäßig in ein Kuhdorf im hohen Norden pilgern. Egal welche Band spielt und wie schlecht das Wetter ist. Ein bombastisches Heimkino-Erlebnis, nicht nur für Metal-Fans. Hercules, wir alle kennen deine Legende. Du bist der Sohn des Zeus. Gebt mir eine echte Herausforderung. Einen geeigneteren Hercules als Dwayne Johnson kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Tatsächlich macht The Rock seine Sache gut und verleiht dem antiken Helden eine gesunde Portion Selbstironie. Nur auf große Überraschungen muss man sich in Hercules nicht gefasst machen. So wie der Serienmörder im Vorgänger nur einen Nachahmer des Judas-Killers darstellt, ist The Pact 2. Es ist noch nicht vorbei, nur eine Kopie des Originals. Zumindest bietet der Horror-Thriller aber eine Menge Suspense. Was kommt heraus, wenn Dustin Hoffman und Judi Dench in der Verfilmung eines Roald Dahl-Buches die Hauptrollen spielen? Zumindest im Fall von Mr. Hoppys Geheimnis, ein zauberhaftes, farbenfrohes Stück Tragikomik. Mit schelmischem Witz erzählt der Film eine süße kleine Liebesgeschichte und mittendrin eine noch viel süßere Schildkröte. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.